Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich dir mein Audio Setup, weil ich die Frage sehr, sehr oft gelesen habe, dass ihr das wissen wollt. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige das mal. Soll jetzt kein Tutorial sein oder irgendwie eine Produktempfehlung oder so, ich möchte halt einfach nur zeigen, was ich benutze und wie ich es benutze. Am Ende kommt auch noch eine kleine Ankündigung, deswegen dranbleiben und ich würde sagen, los geht's. Das Audio Setup, was ich habe, ist jetzt schon ein bisschen gehobener, geht natürlich noch weitaus höher, aber auch weitaus schlechter. Zum Beispiel habe ich ganz früher damit angefangen. Logitech-Headset. Vielleicht sollte ich damit mal aus Spaß was aufnehmen, wäre bestimmt geil. Und das ist jetzt auch kein Audio Clip, was ich hier liegen habe, wo ich sagen würde, so als Anfang ganz cool, sondern als Anfang habe ich zum Beispiel sowas hier benutzt. Ich hatte halt immer USB-Lösungen, Mischpuls mit USB-Anschluss oder Interfaces und das ging einwandfrei immer. Also ich hatte nie Probleme mit dem USB-Anschluss, weil viele das halt immer sagen und an sich hat das mir auch gereicht. Das hatte ich dann in Kombination mit einem Rode NT1-A. Danach habe ich dann abgegradet, da hatte ich einen MG10XU von Yamaha, auch mit dem Rode NT1-A. Und dann kam ja der Streaming-Rechner dazu und dann habe ich überlegt, wie kann ich denn alle Audiosignale, die ich brauche, zwischen den beiden Rechnern hin und her schieben. Und da hat der Peter, Link zum Peter in der Videobeschreibung, mir das Fireface UCX empfohlen. Habe ich dann noch ausprobiert, ich habe auch noch ein paar andere von AME ausprobiert, aber das war eigentlich am coolsten. Die haben natürlich auch noch größere und kleinere. Das größere hätte man auch noch nehmen können, aber das hat irgendwie nochmal immens viel mehr gekostet. Deswegen, das reicht vollkommen für meine Bedürfnisse, die ich hier habe. Und damit kann ich so viel machen, das ist echt der Wahnsinn. Ich zeige euch gleich mal Interface am Computer. Hier sind nicht sonderlich viele Knöpfe dran, aber das meiste geht halt über das Computer-Interface oder iPad-Interface. Da kann man alles dran anschließen, voll krass. Jetzt nochmal zur Erklärung, da hing ja früher mein altes Audio-Clip. Das habe ich jetzt erstmal abgehangen und hier ist der Hauptrechner und darunter ist der Streaming-Rechner. Wird alles nochmal schöner gemacht und wahrscheinlich kommen da auch zwei neue Gehäuse plus ein neuer Rechner hin, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir hier rüber zu den Audio-Clip und zwar, das ist jetzt an dem Hauptrechner dran, das ist das UCX. Und ich hatte noch ein Focusrite hier liegen, das ist quasi das Interface zum Streaming-Rechner. Also am Streaming-Rechner ist das Focusrite und an dem Hauptrechner ist das UCX. Beide mit USB angeschlossen und einmal die Audio-Signale hier raus, da rein und dann einmal da raus und da rein. Sodass ich dann von beiden Rechnern beide Audio-Signale an beiden Rechnern habe. Und hier sind dann alle Kabel bzw. alle Ein- und Ausgänge dran, die ich brauche, wie zum Beispiel meine Kopfhörer, meine Boxen, dann das Mikrofon, was hier reingeht, eine Alexa habe ich hier dran, optisches Digitalkabel von der Playstation und da gehen auch noch zig andere Kabel rein und hier kommt zum Beispiel auch mein Funk-Mikro rein, wenn ich das mal brauche für Vive-Aufnahmen oder irgendwas anderes, wenn ich hier einen Livestream habe, wo ich hier rumlaufe oder so. Und das Coole ist, ich habe quasi nur einen Kopfhörer, ein paar Boxen und ich habe quasi beide Rechner da drüber. Also egal, was ich an dem Rechner anhab, höre ich auf den Boxen oder auf den Kopfhörern oder wenn ich den Rechner anhab, genau dasselbe. Vom Interface geht dann das Kabel hier rüber in mein Mikrofon rein, das Shure SM7B. Und hier habe ich dann noch In-Ears hängen und das Coole ist halt, ich habe halt die In-Ears immer dran, die Boxen immer dran und die beiden Signale sind halt immer da, ich muss einfach nur die Kopfhörer aufsetzen. Vorher musste ich halt immer in meiner Kabelfernbedienung quasi hier unten den Kopfhörer reinstecken, damit ich dann über Kopfhörer hören konnte. Brauche ich jetzt halt nicht mehr. Und hier kann ich euch ja mal das Interface am Computer zeigen. Jetzt befinden wir uns in der Software von dem Fireface UCX. Oben links kann man auch ganz gut erkennen, dass ich jetzt über mein normales Mikrofon rede und nicht mehr über das Kameramikrofon. Des Weiteren sieht man hier auf den ersten Blick, dass hier sehr, sehr viele Funktionen, Ein- und Ausgänge hinterlegt sind. Die brauche ich theoretisch gar nicht alle, aber es ist halt schwierig, ein Interface bzw. ein Audio Equip mit genau der richtigen Anzahl an Ein- und Ausgängen zu finden, die man braucht. Ich glaube, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und theoretisch kann man hier noch sehr, sehr viel anschließen, wie man sehen kann. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich da alles dran habe, nämlich hier sieht man jetzt alles, was übergeblieben ist. Das benutze ich auch. Hier ist jetzt zum Beispiel mein Mikrofon dran, mein zweiter Mikrofoneingang. Das sind die Sachen vom Stream, also die vom Stream-Rechner kommen. Dann die Alexa und die PS4. Also das sind Eingänge, die mit einem Kabel in das Gerät führen. Das sind Eingänge, die einfach software-technisch hinterlegt sind, hier in Windows. Zum Beispiel Teamspeak, Spotify, Discord und alle anderen Sounds. Also wenn man alle anderen Windows-Töne, die da noch hinterlegt sind. Man kann noch ein paar mehr hinterlegen, genauso wie hier oben auch. Aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann gibt es noch die Ausgänge einmal zum Streaming-PC. Also alles das, was die Leute im Stream hören. Dann meine Kopfhörer und meine Boxen. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt mal links auf die Regler achtet, je nachdem welchen Ausgang ich anklicke, habe ich auch immer andere Sounds. Als Beispiel, ich möchte ganz gerne im Stream Spotify hören. Möchte aber nicht, dass der Stream das Ganze hört. Kann ich den Stream Spotify leise machen und meine Kopfhörer laut. Oder andersrum, bei Monte sehe ich das ab und zu. Da fragen Leute nach Musik, aber er hat keinen Bock da drauf. Könnte er machen als Beispiel. Er macht für den Stream die Musik an. und für sich die Musik aus. Oder auch ganz geil ist, mal angenommen, ich bin mit ein paar Kollegen im Teamspeak und der Stream sagt, die sind zu leise. Dann kann ich hergehen und einfach sagen, alles klar, Stream-PC, Teamspeak ein bisschen lauter. Und ich habe im Stream meistens Kopfhörer auf, wenn ich ein paar Kollegen dabei habe. Dann kann ich hier für mich quasi den Teamspeak lauter und leiser machen. Das Ähnliche, oder das geht auch mit Discord zum Beispiel. Oder halt auch mit den ganz normalen Sounds, die noch übergeblieben sind, wie Spiele-Sound oder Windows-Benachrichtigungen oder sowas. Braucht ich jetzt vorher unbedingt nicht, aber da ich jetzt zwei Computer habe und einen Streaming-Rechner dabei habe, kann ich euch ganz gerne auch nochmal erklären, warum ich den denn überhaupt habe. Wer das noch nicht ganz auf dem Schirm hat, dazu dann vielleicht aber ein anderes Video. Vielleicht, wenn ich den Streaming-Rechner demnächst mal upgrade. Und hier nochmal ganz kurz angemerkt, das sollte jetzt kein Tutorial sein zu dem Gerät. Ich wollte es nur zeigen, so wie ich es benutze. Und wenn ihr Ideen habt, was ich noch machen kann damit, wenn ihr Ahnung davon vielleicht habt, schreibt die Sachen mir ganz gerne in die Kommentare rein. Und vielleicht auch hier mit den Einstellungen. Momentan bin ich sehr hart an der Grenze oben. Ach ja, und auf der Seite gibt es nochmal Sound-Effekte und man kann alle Sachen speichern, so wie die aussehen. Man kann die Sachen auch exportieren. Und wenn ich dann quasi den Rechner formatiere, whatever, dann kann ich das Ganze auch wieder herstellen. Und theoretisch muss das Gerät nicht an sein, um es einzustellen. Da ist ja ein Drehregler dran gewesen, wer das gerade gesehen hatte. Damit kann man auch alles bedienen. Ein bisschen umständlicher natürlich, aber für den Notfall auf jeden Fall interessant. So, und jetzt zurück. So, und der Plan ist, dass ich das hier alles, was hier liegt, ist ja wieder ein riesiger Kabelhaufen, der hier nicht hin soll, alles in dem Schrank drüben einbaue. Und hier soll dann alles rein an Audio-Equip. Das Einzige, was von drüben dann noch rüber geht, sind die zwei USB-Kabel von den beiden Computern. Ansonsten ist Audio-Equip dann alles hier. Hier sollen noch zwei Steckdosen rein, die anschaltbar sind über so ein paar Schalter, die an der Seite sind. Und ansonsten hat man dann halt sehr kurze Kabelwege. Alleine vom Mikrofon geht es dann nicht mehr fünf Meter lang durch die Wand an alle anderen Kabel vorbei, sondern direkt ins Interface und fertig. Das Problem ist allerdings, was wir jetzt hier noch haben, um das Ganze da drin gut zu verbauen, wie zum Beispiel diese beiden Funkempfänger. Also ich wollte die nicht so hier drin haben, sondern eher schräg, damit ich den Schrank auch noch schließen kann, weil sonst wird es halt ein bisschen eng mit den Kabeln da hinten noch dran. Und dafür drucken und konstruieren wir uns gleich einen Halter im Livestream. Wer dazu Lust hat, einfach mal einschalten. Ab 16.30 Uhr bin ich da heute online. Wer das Video halt später sieht oder sich anguckt, natürlich nicht mehr. Aber wer das Ganze heute guckt, der sieht, dass ich da quasi online bin. Und auch wenn wir das schaffen mit dem Halter, wird sich zeigen. Den Halter und alles, was hier reinkommt, werde ich auch noch in einem extra Video präsentieren. Das dauert allerdings ein bisschen. Ihr kennt das. Ich brauche halt immer ein bisschen, bis ich alles fertig habe und bis ich es dann so habe, wie ich es haben möchte, um dann darüber ein Video zu machen. Gut, ich würde sagen, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, das ging auch mit dem Mikrofon, weil ich benutze es halt nicht so oft. Ich wollte es mal öfter benutzen, habe ich die ganze Zeit versprochen. Jetzt habe ich es auch gemacht. Auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wollt. Kanal abonnieren nicht vergessen und dem Video ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Hier wird noch einiges passieren, allerdings immer so Step by Step, Etappenweise. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Video. Tschüss.